Hallo, willkommen zu 3xM. Eine neue Folge, ein neues Thema. Ja, die Bundestagswahl, sie rückt langsam näher. Und heute mal wieder ein Video mit aktuellen Umfragen und so meine Einschätzung zu den einzelnen Parteien. Ich muss sagen, die Umfragen in den letzten Wochen haben sich so entwickelt, wie ich es nicht erwartet hätte. Aber das hat durchaus Gründe, warum es jetzt so gekommen ist, wie es aktuell eben ist. Bevor ich dazu komme, würde ich sagen, lese ich die Umfragen gleich mal vor, damit man auf dem aktuellen Stand ist. Ich habe mir wieder von drei Instituten Umfragen angeschaut, habe daraus den Durchschnittswert für jede Partei gebildet, weil ich jetzt nicht alle Umfragen vorlesen will komplett, aber die unterscheiden sich auch nicht groß voneinander. Man muss aber dazu sagen, dass so jetzt auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl diese Umfragen natürlich wöchentlich immer stärker schwanken. Also das kann jetzt wirklich innerhalb von wenigen Tagen durchaus sich um ein paar Prozent immer wieder verändern. Aber mal so den aktuellen Stand, wie es gerade aussieht. Die CDU 24 Prozent, SPD 18 Prozent, Grüne 19, FDP 12, AfD 11 Prozent, Die Linke 7 Prozent und die sonstigen 9 Prozent. Aber man muss da erwähnen, die Freien Wähler, die ja jetzt zur Bundestagswahl antreten, kommen auf, ja man muss schon sagen, knapp über 4 Prozent. Sie sind nah an der 5 Prozent. Also in den 9 Prozent Sonstigen sind mindestens 4 Prozent für die Freien Wähler. Und der Rest dann eben, Sonstigen sind dann alle anderen Parteien. Also es kann passieren, dass die Freien Wähler eventuell auch in den Bundestag kommen. Und dann hätten wir ja sieben Parteien im Bundestag, was es noch nie gegeben hat. Wird interessant. Also das ist so die aktuellen Zahlen zu den Parteien. Und zusammengefasst, wie ich ja immer sage, diese konservativ-bürgerlichen Parteien, die liegen bei jetzt 47 Prozent. Also CDU, FDP, AfD, die fasse ich so zusammen, konservativ-bürgerlich in dem Bereich. Und die sozialistisch-kommunistischen Parteien, das sind für mich die SPD, die Grüne und die Linke, die liegen aktuell bei 44 Prozent. Das heißt also, Rot-Rot-Grün aktuell nicht möglich. Aber es sah schon in den letzten Wochen für Rot-Rot-Grün schlechter aus. Da waren sie schon nur bei knapp 40, 42 Prozent. Also da haben sie ein bisschen aufgeholt. Aber aktuell, Rot-Rot-Grün nicht möglich. Und das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich an den Linken. Denn, überraschenderweise, was ich jetzt so nicht erwartet hätte, die SPD steht bei 18 Prozent. Vor einigen Wochen standen sie bei 14, 15 Prozent. Also, man muss sagen, ja, so auf den letzten Metern, die SPD kommt plötzlich. Also, mit Olaf Scholz. Also, es ist für mich überraschend. Die CDU entsprechend verliert. Sie waren vor einigen Wochen bei meinem letzten Video bei 27, 28 Prozent. Ich habe damals davon gesprochen, ich weiß es noch. Ja, wenn das jetzt so weitergeht und so, durchaus 30 Prozent möglich. Ja, Pustekuchen. Die 30 Prozent sind weit, weit weg. 24 Prozent nur noch. Die Grünen, ja, die waren bei meinem letzten Video auch so um die 20, 19. Aber kurz danach, wo ich das letzte Video gedreht habe, sind sie auf 18 Prozent sogar gefallen. Bei manchen Umfrageinstituten sogar knapp unter 18. Und jetzt bei 19 wieder. Also, die springen hin und her, so um die 20, 21, 19. Ich sage mal so, dass die Grünen so stabil sind und nicht weiter verloren haben, was ich ja so angedeutet hatte, liegt meiner Meinung nach daran, an diesen Naturkatastrophen, an diesen Unwettern hier in Deutschland. Das hat das Klimathema wieder richtig in den Fokus gebracht und man muss die Frage stellen, ja, hat das Unwetter so einen starken Einfluss, dass wir eventuell einen SPD oder einen grünen Kanzler oder Kanzlerin bekommen? Denn, wenn das so weitergeht, die SPD weiter zulegt, die Grünen auch da sind und die Linke eventuell ein bisschen zulegt, die Gefahr von Rot-Rot-Grün ist noch nicht ganz vom Tisch. Ich halte es weiterhin für, ja, sehr unwahrscheinlich, dass wir Rot-Rot-Grün bekommen. Aber ich habe auch nicht, sage ich mal, die Glaskugel, dass ich genau es weiß, aber ich halte es einfach nicht für möglich, dass wir hier im Land Rot-Rot-Grün bekommen. Aber was ist an Koalitionen so möglich? Was ist da zu erwarten? Ich sage mal, meine Wunschkoalition, was heißt Wunschkoalition? Ist die Koalition, die realistisch möglich ist, wäre CDU, SPD, FDP. Das wäre so für mich die Koalition, wo ich mir als bürgerlich-liberal-konservativer Mensch, wo ich da mitgehen könnte. Von den Koalitionen, die möglich sind, immer im Hinterkopf behalten, man kann sich irgendwelche Fantasie-Koalitionen zusammensetzen, die aber die Zahlen nicht hergeben oder aber die Realität nicht hergeben. Da kann ich mir auch manches ausmalen, aber man muss realistisch bleiben. Weil zum Beispiel CDU, FDP, da brauchen wir kein Prophet sein, das wird bei dieser Wahl nichts werden. Die haben aktuell zusammen 36 Prozent. Leute, wir brauchen nicht weiter reden. CDU, SPD, was ja aktuell regiert, die hätten 42 Prozent. Ich denke mal, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass das so wahrscheinlich nicht reichen wird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Freien Wähler immer noch die Chance haben, in den Bundestag zu kommen. Und wenn die Freien Wähler reinkommen sollten, dann fällt ja alles zusammen. Weil dann werden die ganzen Sitze ja auch verschieben sich ja dann auch, müssen neu aufgeteilt werden. Und dann muss man ganz neu denken. Also wenn die Freien Wähler wirklich die 5-Prozent-Hürde knacken und reinkommen, dann ist alles neu zu denken. Dann ist alles hinfällig, was man sich vorher ausgemalt hat. Weil dann die ganze Sitzverschiebung und die ganzen Sitzaufteilungen alles ganz neu gemacht werden muss. Weil ja eine neue Partei dazukommt und dann müssen die Sitze eben neu aufgeteilt werden. Ja, wie gesagt, CDU, FDP würde auch nicht reichen. Und somit würde ich favorisieren für mich persönlich, gerne eure Meinung in den Kommentarbereich, was ihr so favorisiert, was ihr erwartet für Koalitionen, CDU, SPD, FDP. Da habe ich als bürgerlich-konservativ-liberal eingestellter Mensch, patriotisch eingestellter Mensch, CDU, FDP, man kann sagen konservativ-bürgerlich-liberal. Das wäre dann so der stärkste Part in der Koalition. Und dazu die SPD, die jetzt bei 18 Prozent liegt, wenn sie da bleibt, so 17, 18 Prozent, ist es okay. Dann ist es so der sozialistische oder der soziale Baustein, der noch weiter in der Koalition ist. Dann könnte die SPD sagen, naja, wir haben so in dem Sinne keine große Koalition, wie wir es jetzt haben. Die FDP ist noch mit dabei. Und da könnte, denke ich mal, auch die SPD durchaus mitgehen bei so einer Koalition. Und eben für einen bürgerlich-konservativen Menschen hätten wir immer noch dann eine Regierung, die zum Großteil bürgerlich-konservativ ist. Also, meiner Meinung nach, CDU, FDP, SPD, das kleinste Übel, was realistisch an Koalitionen möglich wäre. Meine Meinung. Wie gesagt, ob es jetzt Laschet ist, Scholz oder gar Baerbock, alle drei Personen sind für mich jetzt, ja, wie soll ich sagen, nicht das, was ich mir als Bundeskanzler erwarte. Also, die Personen sprechen mich überhaupt nicht an. Aber es ist kein Wunschkonzert. Die drei sind nun mal da. Und, ähm, ja, man muss immer realistisch denken. Das ist so meine Einstellung. Es nutzt nichts da, irgendwie in Fantasiewelten abzudriften oder alles schlecht zu machen und gar nicht wählen zu gehen. Und die machen, was sie wollen. Ja, Freunde, wenn ihr nicht wählen geht, dann stärkt ihr automatisch genau das, was ihr gar nicht wollt. Wenn ihr zum Beispiel konservativ, bürgerlich, liberal seid und geht nicht wählen, dann ist das eine Stimme, die fehlt auf dieser Seite. Und das, dann geht vielleicht sozialistisch-kommunistischer Seite eher welche wählen und schon haben die mehr davon. Also, nicht wählen zu gehen, davon halte ich sowieso gar nichts. Es gibt immer eine Möglichkeit. Also, ist jetzt meine Einstellung. Also, wählen gehen halte ich doch schon für sehr wichtig. Ich weiß, es gibt viele, auch hier bei YouTube, und ich weiß, es gibt viele, die sagen, wählen gehen bringt nichts, ich gehe doch nicht wählen. Denn, klar, es sind immer 20 bis 30 Prozent Nichtwähler bei einer Bundestagswahl, eher so, ja, 20, 25 Prozent Nichtwähler. Ich gehe halt wählen. So meine Einstellung. Ja, wie gesagt, es hat sich doch alles von den Umfragen her nicht so entwickelt, wie ich mir das gedacht hätte. Ich hatte noch bei der letzten Umfrage so insgeheim die Hoffnung, naja, CDU, FDP, vielleicht reicht's. Aber das können wir vergessen. Dazu muss man sagen, wie gesagt, das ist die Naturkatastrophe, das Unwetter hier in Deutschland hat seinen Teil dazu beigetragen, denke ich mal, für viele bei ihrer Wahlentscheidung. Dazu kommt, dass nach Baerbock jetzt Laschet verschiedene Fettnäpfchen nutzt, um reinzutreten. Da war, glaube ich, auch irgendwas, hat er irgendwie wo abgeschrieben oder irgendeine Quellen angegeben. Dann hat er da bei dieser Flutkatastrophe stand er recht unglücklich im Hintergrund, hinter Steinmeier und lachte sich eins ab. Warum auch immer. Also überhaupt nicht die Situation registriert. Da spricht jemand in die Kamera, der Bundespräsident und ich stehe hinter ihm und lache, in dieser Situation, wo es eben um diese Flutkatastrophe geht. Also ein bisschen denken, hallo Leute, hier spricht der Bundespräsident, das sind Kameras. Ich kann jetzt nicht lachen. Busy Selbstbeherrschung. Naja gut. Und hier und da das andere Fettnäpfchen noch. Also man muss sagen, Laschet hat auch viel Eigenverschulden dazu beigetragen, dass die CDU jetzt ja 24% nur noch hat. Und der lachende Dritte, tja, man muss es so sagen leider, bei der ganzen Geschichte, Baerbock mit ihren Fettnäpfchen und überhaupt die ganze Person, Baerbock mit ihren, ja, Statements, mit ihren Wörter verdrehen oder Sätze nicht richtig aussprechen, Wörter falsch aussprechen und abschreiben und hast du nicht gesehen, das Fettnäpfchen, dann der Laschet mit seinen Fettnäpfchen, wo er reintritt. Ja, da steht der Scholz da und sagt sich, na wunderbar, bei mir läuft's. Und man muss sagen, die SPD hätte ich auch nicht gedacht, nach der letzten Umfrage, dass die SPD noch die Chance hat, vor den Grünen zu kommen. Die waren bei 14, 15%. Die Grünen bei 20, hätte ich nicht gedacht, dass sich das so noch mal verschiebt. Zumindest, dass die Chance da ist, ja, zweitstärkste Kraft zu bleiben, dass die SPD es nicht wollen. Es ist schon interessant, aber es zeigt auch Leute, Prognosen, Voraussagen, jetzt gerade auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl noch wenige Wochen, da sollte man sich ganz raushalten. Sollte man sich ganz raushalten, man sollte sich wöchentlich durchaus die Umfrageentwicklungen anschauen, sich seinen Teil denken, aber zu sagen, jetzt, das kann nicht mehr passieren und das ist durchaus wahrscheinlich und so weiter, ist schwierig. Ja, ich halte es für unwahrscheinlich, rot, rot, grün. Dazu stehe ich, aus verschiedenen Gründen, aber alles andere, alle anderen Konstellationen, die möglich sind, boah, da halte ich mich raus. Schreibt mal gerne eure Meinung im Kommentarbereich, wie ihr das seht. Also, so eine spannende Bundestagswahl hatten wir meiner Meinung nach lange nicht. Eben mit drei Kanzlerkandidaten auch. Dazu im Hinterkopf behalten, ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Die freien Wähler stehen kurz vor der 5%-Hürde und dann heißt es komplett neu denken nach der Wahl. Dann bin ich mal gespannt, wenn am Wahlabend, Beispiel heißt, freie Wähler, vorläufiges Endergebnis, 5,1% beispielsweise. Also, das wäre natürlich dann, sage ich mal, wirklich der I-Punkt auf diese ganze Bundestagswahl in diesem Jahr. Wie gesagt, man muss es abwarten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie es nicht schaffen. Sie sind knapp über 4%, denke ich mal. Also 4% werden sie angegeben, aber ich denke mal so knapp über 4, 4,1% oder so. Ich gehe nicht davon aus, aber es ist möglich. Also, zusammengefasst, ja, es bleibt spannend. Es ist faktisch vieles möglich. Wenn die SPD wirklich vor den Grünen landen sollte und SPD und Grüne die FDP überzeugen können, eine Ampel zu bilden, das wäre nämlich möglich. Dann wäre Scholz Bundeskanzler. Vollkommen überraschend, zumindest für mich und für viele andere auch, denke ich. Olaf Scholz auf der Zielgeraden wäre noch Kanzler oder würde noch Kanzler werden. Oder eben, wenn die Grünen knapp vor der SPD bleiben bei diesem Stand, so 18, 19, 20, so, SPD-Grüne in dem Bereich bleiben, die CDU schwach bleibt bei 24, FDP 12, ja, und die grüne SPD auch die Liberalen überzeugen können, hätten wir eine grüne Kanzlerin. Wäre auch möglich. Also, nach der aktuellen Konstellation der Umfragen ist faktisch oder kann jeder der drei Personen ins Bundeskanzleramt einziehen. Es ist so. es sind realistische Koalition, Ampelkoalition, dann diese CDU, SPD, FDP, die wird ja so als, ja, Deutschlandkoalition von den Farben her genannt. Ist auch möglich. Es ist alles möglich, Freunde. Extrem spannende Bundestagswahl, alles offen und es hat sich dann doch noch mal alles so ein bisschen gedreht, wie ich es nicht erwartet hätte, da war ich ganz ehrlich. Naturkatastrophe hat ihren Anteil, vor allem, dass die Grünen jetzt wahrscheinlich gefestigt sind um 20 Prozent. Die Leute denken wahrscheinlich, naja, jetzt haben wir Naturkatastrophe gehabt, jetzt wählen wir die Grünen, dann wird alles gut, weil die Grünen ändern das Klima. Ja, und dann kriegen wir Klimasteuern, CO2-Steuer wird erhöht und sonstige Verbote und Einschränkungen und das alles ändert das Klima. Denn höhere Steuern ändern das Klima. Ja, manch einer lacht, ich lache auch, viele, viele Millionen in Deutschland lachen nicht. Die glauben das und wählen Grün. Und ich kann es mal hier sagen, ich bin auch für Umweltschutz. saubere Gewässer, saubere Luft, gefilterte Anlagen, die eben die Luft sauber halten oder auch Anlagen, die das Wasser sauber halten. Man muss nicht alles in Plastik einpacken. Mein bestes Beispiel immer, Bananen aus dem Supermarkt, die haben eine Schale, die brauche ich nicht noch in den Plastikbeutel reinstecken, wie ich es manchmal an der Kasse, wenn ich da anstehe, sehe, wenn Leute Bananen in den Plastikbeutel einstecken. Umweltschutz ist richtig und wichtig. Mein Reden, bin ich dabei, gehe ich mit. Klimaschutz habe ich schon so oft meine Meinung zu gesagt, will ich nicht noch mal erwähnen. Das ist für mich ganz, ganz, ganz weit weg. Denn was als Fakten und Beweise verkauft wird, aber auf Modellrechnungen, Prognosen und Annahmen in die Zukunft beruht, das geht hier rein und hier raus. Aber so denken eben leider nicht viele. Viele denken eben so, dass die Grünen dann das Klima ändern und wählen Grün, aber sehen nicht, was die Grünen wirklich sind. Eine Partei der Verbote, der Einschränkungen, der Gängelung, kommunistischer Hintergrund. Freunde, viel Spaß, wenn die Grünen die Regierung anführen. Aber ich habe schon so oft dazu was gesagt, fangen wir nicht damit anfangen, sonst wird das Video noch viel zu lang. Okay, garantiert nicht mein letztes Video zur Bundestagswahl. Ich versuche jetzt mal in kürzeren Abständen die Umfragen zu beobachten, die Entwicklung zu beobachten. Fakt ist, alle drei Kandidaten können ins Kanzleramt einziehen, ob Baerbock oder Scholz oder Laschet. Koalitionen, alles Mögliche, Ampelkoalition, Deutschlandkoalition, eventuell im schlimmsten Fall, Rot, Rot, Grün, glaube ich jetzt nicht. Freien Wähler haben die Chance, können noch reinkommen, wirft alles übereinander, dann wird alles neu gedacht werden müssen, weil dann die Sitze sich auch verschieben. Hochspannend, lassen wir uns überraschen, ich bin gespannt, bis dann, macht's gut und tschüss. und dann calendren zu